Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wir bitten dich, unser Pensionat zu schützen und wir beten, dass wir die Nacht hindurch vor Schaden bewahrt werden. Amen. Es scheint, die Anwesenheit des Soldaten bleibt nicht ohne Auswirkungen. Wenn Sie alles auf der Welt haben könnten, was wünschten Sie sich? Weit von hier weggebracht zu werden. Wir könnten dem echte Südstaatengastfreundschaft zeigen. Corporal McBurnies Aufenthalt hat uns allen eine sehr wichtige Lektion gelehrt. Kann ich Ihnen etwas bringen? Der Feind ist nicht das, was wir glaubten. Was habt ihr mir angetan? Ihr absichtlich Miststücke! Das war's. Was habt ihr? Ich habe einen Isaben. Sie haben einen Schaden. Sie haben eine Schaden. Sie haben nichts. Sie werden die Schaden. Er stößt. Sie haben sie für sie, es gesehen. Was hat sie für die Schaden. Sie haben sie für sie verstanden. Bis zum nächsten Mal.